Einen kurzen Blick hier auf die Themen. Was haben wir heute vor? Heute am 12. Juli habe ich etwas Besonderes. Und zwar habe ich heute Vormittag eine Voraufzeichnung gehabt mit einem Arzt, der mir in einem fast 12-minütigen Beitrag über seine Erlebnisse bei der Kenntnisprüfung in Münster berichtet. Er hat sie bestanden zusammen mit vier weiteren Ärzten. Es gab fünf Prüfungsteilnehmer. Das Tolle dabei ist, es war die kritische Gruppe mit Herrn Roos und seinen Kollegen. Aber das kommt gleich. So, was haben wir noch? Dann kommt ständig die Frage, die ich gerne mal beantworten möchte. Was ist eigentlich mit der Kenntnisprüfung? Mit der Fachsprachprüfung? Wo ist diese Fachsprachprüfung gültig? Wo kann man sie verwenden? Und ähnliches mehr. Also, es geht im Moment ein bisschen durch die Foren durch und das auf allen Seiten, dass gefragt wird. Ich habe ja jetzt die Fachsprachprüfung in einem bestimmten Bundesland bestanden und habe eine Berufserlaubnis erhalten. Wo ist diese Berufserlaubnis gültig? Liebe Kollegen, das ist eigentlich relativ einfach. Die Berufserlaubnis ist nur gültig in dem Bundesland, wo sie den Antrag gestellt haben. Also, sie können nicht in Hannover eine Berufserlaubnis beantragen und dann mal einfach sagen, ich gehe jetzt nach Hessen und mache dort weiter. Das funktioniert nicht. Eine Berufserlaubnis wird durch die zuständige Approbationsbehörde herausgegeben und ist nur in dem Land gültig und oft auch auf eine bestimmte Arbeitsstelle oder eine bestimmte Klinik bezogen. Das müssen Sie also berücksichtigen. Es geht nicht, dass Sie einfach sagen, Sie gehen woanders hin. Dann noch ein interessanter Punkt, der auch viel diskutiert wird. Und zwar sagt das Gesetz, sowohl in der Zahnheilkunde als auch bei den Humanmedizinern, das Gesetz sagt sinngemäß. Vor Approbationserteilung muss die Gleichwertigkeit geprüft werden. Das kennen wir ja alle, das führt ja dann zur Kenntnisprüfung und ähnlichen Sachen. Und dann steht dort und als letztes muss der Mediziner die ausreichenden Deutschkenntnisse nachweisen. Und dann gibt es im Gesetz einen interessanten Punkt, dass es heißt, der Nachweis der gleichwertigen Berufserfahrung oder praktisch die beruflichen Kenntnisse hat vor der Feststellung der Sprache, der sprachlichen Fähigkeiten zu erfolgen. Es kann sogar ein Bescheid darüber verlangt werden, dass die medizinische Gleichwertigkeit vorhanden ist. Man höre und staune. Und dass man dann erst im zweiten Schritt die sogenannte Fachsprachprüfung oder die Fachsprachkenntnisse nachweist. Jetzt der Hinweis für Sie. Was bedeutet das? Wenn die Behörde sagt, Sie werden zur Kenntnisprüfung nur zugelassen, wenn Sie vorher die Fachsprachprüfung abgelegt haben, dann ist das strittig. Das stimmt nicht mit dem Gesetz überein. Es ist ganz einfach, wenn Sie in die Kenntnisprüfung reingehen und Sie beherrschen die Fachsprachprüfung, die Fachsprache nicht, dann ist in dem Augenblick die Kenntnisprüfung schon beendet. Das sollten Sie wissen, wenn die Behörden Sie darauf hinweisen. Im Zweifelsfall muss man natürlich leider seinen Standpunkt und seine Meinung gegenüber den Behörden oft durch, mithilfe eines Rechtsbeistandes, eines kundigen Rechtsanwaltes durchsetzen. So, jetzt kommen wir zu dem bereits angekündigten Bericht von Dr. Basel Harag, der die Kenntnisprüfung in Münster erfolgreich abgelegt hat. Hören wir doch mal an, was er uns zu sagen hat. Hallo, zugeschaltet ist jetzt Basel Harag. Herr Harag gehört zu den wenigen, das darf man mal so sagen, der die Kenntnisprüfung in Münster im ersten Anlauf bestanden hat. Diese Kenntnisprüfung war am 7. Juli. Herr Harag, schildern Sie doch bitte mal Ihre Eindrücke. Ja, meine Prüfung war am 7. Juli. Ich bin am 7. Juli gekommen, habe nach Münster gegangen. Ich habe dann die Adresse geguckt, gibt es einen, ich denke das ist ein Ostturm, das heißt die Ostturm im Uniklinikum Münster. Und dann drin, ich habe die Information gefragt, Sie wissen Bescheid, Sie haben mir geschildert, welchen Aufzug soll ich nehmen. Dann, das war die 7. Etage. Ich habe dann gesucht, das war die Zimmer 225 und war, Dr. Brand war dort. Er hat mir gesagt, ja okay, Sie können hier warten. Waren, waren, waren zu dem Zeitpunkt schon die anderen Kollegen da? Es waren ja mehrere da. Ich war der Erste und dann nach 5 Minuten kam eine Kollegin und dann um 10 Uhr ungefähr 5 vor 10 kamen die anderen Kollegen. Ah ja, prima. So, dann waren Sie bei Herrn Brand. Wie ging es dann bitte weiter? Um 10 Uhr hat Dr. Brand uns genommen in ein anderes Zimmer. Wir sind dort gesessen. Er hat uns erklärt, wie läuft die Prüfung, der praktische Teil. Und er hat eine von uns, eine Kollegin, genommen zu einem Patienten. Dann war ich, dann die anderen. Jeder Patient, für mich, ich spreche immer, was ist mit mir passiert. Ich habe einen Patienten gesehen, er hat mir sofort gesagt, der Patient ist wegen Nebenschilddrosenentfernung gekommen, nach Hyperparterrorismus. Und er hat mich ein paar Fragen gefragt. Und er hat mir gesagt, ja bitte untersuchen Sie das und das. Nur gezielte Untersuchungen. Herr Herrack, für mein Verständnis, das war ja zum Zeitpunkt Corona. Sie waren mit Mundschutz, der Patient mit Mundschutz, Dr. Brand mit Mundschutz. Waren Sie alle mit Mundschutz? Ich und Dr. Brand, ja. Der Patient liegt im Bett. Aber ich und Dr. Brand waren mit Mundschutz und Handschuhe auf. Ja, das ist okay. Das heißt, Sie konnten den Patienten dann auch untersuchen. Wie hat der Patient generell reagiert? Der Patient war eigentlich operativ. Er war sehr nett. Aber ich sage nochmal, das ist nur gezielte Untersuchungen. Ich habe nur die Odeme untersucht und die TVT-Zeichen. Nicht alles. Ah ja, okay. Und wie ging es dann weiter? Nach dem praktischen Teil, wir hatten mehr als eine halbe Stunde die Begrüße zu schreiben. Was haben wir untersucht? Was hat Dr. Brand uns gefragt? Und dann um 11 Uhr, ich denke mir so, die theoretische, die praktische Teil ist zu Ende. Und dann hat Dr. Brand uns zur Bibliothek genommen. Er hat uns gesagt, ja, hier findet die theoretische Teil statt. Um halb eins, 12.30 Uhr sollen wir hier sein. Alle. Ja. Und eigentlich, wir haben dort geblieben. Wir sind nicht irgendwo gegangen. Um halb eins ist Dr. Brand gekommen. Er hat die Kollegin, die für das dritte Mal die Prüfung gemacht hat. Ja. Nur alleine. Ist 14 vor 2. Ja. 15 vor 2. Dann bleibt ich und die anderen Kolleginnen, drei Kolleginnen. Wir sind zusammen. Ja. Gut. Dann ging es, ähm, dann, ähm, das ist klar. Und dann kam Doktor, äh, Professor Doktor Kirchhefer. Er ist ja sogar Professor, habe ich jetzt gesehen. Dann kam Professor Doktor Kirchhefer dazu. Ja, äh, erst, äh, der erste Untersucher war Dr. äh, Brand. Er hat eine, äh, Kollegin, äh, geprüft. Mhm. Dr. Brand fragte nur gezielte, äh, Fragen, nur überflächige, nicht tiefe Fragen und dauerte nur, maximal fünf oder sechs, äh, zehn Minuten. Nicht nicht zielt. Mhm. Mhm. Dann, äh, Doktor, äh, Professor, äh, hat eine andere Kollegin, äh, geprüft. Ja. Das, das dauert 20 oder 25 Minuten. Dann, äh, Professor Kirchhefer hat mich gefragt. Auch dauert 20 Minuten oder 25 Minuten. Äh, in diesem Zeitraum, äh, hat, äh, Dr. Brand, ähm, äh, einen Notfall gehabt. Ja, und er ist gegangen. Und er hat ja uns gefragt, ob in Ordnung bei uns ist. Wir haben gesagt, ja, das ist kein Problem. Ähm, und dann bleibt nur Dr. äh, Professor Ross und, äh, Kirchhefer. Mhm. Und sie haben dann uns gefragt. Dann Dr. Ross mit den letzten, äh, 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 Prüflinge. Dann, äh, kam Dr. Kirchhefer mit auch die ersten Prüflinge und so. Und Dr. Brand kommt am Ende und dann hat, äh, äh, hat uns alles gefragt. Ähm, jeder auch fünf oder zehn Minuten, nicht, nicht lange. Und dann zum Ende. Gut, das war Brand. Jetzt kommen wir doch mal, wissen Sie wissen ja wahrscheinlich, dass immer sehr kritisch, ähm, ist, sind die anderen Prüfer. Das heißt, Dr. Ross und, äh, von Professor Dr. Kirchhefer, äh, ist man ja der Meinung, dass die sehr komische und oft sehr spezielle Fragen stellen und ähnliches mehr. Ja. Wie haben Sie das erlebt mit Professor Dr. Kirchhefer? Ja, besonders mit, äh, Professor Kirchhefer. Ja, er hat viele Fragen gefragt, gestellt. Äh, erst, äh, mit, äh, Rechtsmedizin. Ich habe das geschrieben, mit Transplantation gesetzt, äh, mit Bundestag und Bundesrat und welche Formulare und die Warteliste. Wow. Ja, das, diese Details wusste ich nicht. Äh, ich war eigentlich sprachlos. Ich kannte nur, ich kannte nur die Definition. Und, äh, wann wurde, äh, das Gesetz gestellt? Um 1997. Aber die anderen, ja, ja, nicht. Und ich wusste auch, dass, äh, zwei Ärzte sollen die Patienten untersucht, die die Tod feststellen, äh, um die Organe zu entnehmen. Ja, das wusste ich. Äh, danach, er hat mich, äh, über Parkinson gefragt, auch sehr tiefe Fragen, die ich nicht in die, äh, äh, Pharmakologie-Bücher gelernt habe. Mhm. Die, diese Last-Minute-Pharmakologie enthält nicht diese Fragen. Aber ich habe, äh, äh, immer, äh, das Gefühl, dass Dr. Kirchhefer, ja, sehr nett war. Ja, er fragte tiefe Fragen und komische Fragen, aber er liest nicht. Ja, gut, hilft der, das ist ja, äh, ich glaube, das ist ja bei, äh, äh, Dr. Roos eine ähnliche Geschichte, der oft sehr tiefe Fragen stellt, ja, und, ähm, es wird immer wieder beschrieben, dass bei Roos und auch bei Kirchhefner das Problem ist, dass man nicht genau weiß, was wollen die eigentlich hören. Haben Sie das auch so empfunden? Mit Dr. Kirchhefer? Ja. Äh, viele Fragen habe ich nicht verstanden, was, was er wollte. Aber mit Dr. Roos, äh, äh, eigentlich nein. Er hat, äh, direkte Fragen gefragt, von Anfang an. Äh, ähm, ich habe das Gefühl, dass, äh, er wollte nur wissen, dass, äh, die Prüflinge, äh, die Diagnose wissen. Das ist sehr wichtig. Wenn, äh, 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 der Arzt die, äh, die, äh, Diagnose weiß, dann ist alles anders, äh, ja, unrelevant oder... Das heißt, er spielt dann keine so große Rolle, wie er zu dem Ergebnis gekommen ist, sondern er muss, wenn ich das jetzt richtig verstehe, ähm, die Sache richtig beurteilen können und die richtigen Schlüsse ziehen. Ja, äh, 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 er hat, äh, angefangen mit den anderen Fragen. Er hat alles gefragt von, äh, 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 gegebenenfalls die Diagnose und die Komplikationen und die chirurgische Massnahmen. Ich wusste natürlich nicht alles, ich bin kein Chirurg, ich wusste nicht, wie kann man Borhaber-Syndrom therapieren, aber er hat mir geholfen, er hat mir gesagt, wie kann man das in Chirurgie machen. Und dann auch, er hat mich gefragt über die Differenzialdiagnose, das war Mallory Weiss und er hat viele Fragen gefragt und auch Therapie und Komplikationen und er hat viel geholfen eigentlich, ich wusste nicht alles, viele, viele Fragen konnte ich nicht. Herr Harack, wir stellen natürlich noch Ihren sehr ausführlichen Bericht, nochmal tausend Dank dafür, den stellen wir natürlich auch bei der Protokollseite ein, das heißt die Kollegen können den detaillierten Bericht dort abrufen. Vielleicht noch eine abschließende Frage, können Sie sich erklären, warum es diese Darstellung von Münster gibt und warum gibt es dort gelegentlich diese hohen Durchfallquoten? Weil Roos wird oft als sehr launisch beschrieben, der dann, wenn man etwas nicht weiß, genau an der Stelle noch nachbohrt und noch ein bisschen tiefer geht. Hatten Sie auch das Gefühl? Ich hatte diese Idee, dass Dr. Roos ja tiefe Fragen stellt und auch er versucht immer die Prüflinge zu täuschen und so. Aber bei uns war er beteiligt. Ich kann nicht vergleichen. Also ich finde das, muss ich mal ganz deutlich sagen, große Klasse, ja, weil vielleicht ist das ein neuer Trend in Münster. Ich würde mich freuen für die vielen Ärzte, die dort diese Sachen haben. Und bei Brandt waren Sie ja ohnehin der Meinung, das hat sich ja gut geklappt, ja. Ich schaue gerade noch mal, was hat man denn noch? Ja, Prof. Dr. Kelchewa, das Problem ist natürlich das Transplantationsgesetz. Das ist ein ganz beliebtes Thema von ihm. Gut, dass Sie das noch mal erwähnt haben. Da sollte man die Prüflinge noch mal darauf hinweisen. Herr Dr. Harag, erst mal tausend Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich bin sicher, dass Sie mit diesen Details dazu beitragen, dass auch andere Leute die Prüfung bestehen. Ein Prüfling ist, glaube ich, durchgefallen. Ja, ein Prüfling, sie hat durchgefallen, eigentlich, sie war nicht bereit. Sie hat nicht viel geantwortet und die anderen waren gut, deswegen haben wir bestanden. Aber die Kollegen, die nicht bestanden haben, eigentlich, sie hat es selber gesagt. Sie dachte, dass Dr. Ross nicht hier war, nicht gekommen will. Und sie hat keinen Strahlenschutz, keinen Rechtsbeziehung gestudiert und auch zwar nicht allgemein, nicht bereit. Das ist gut. Zum Abschluss, können Sie den Kollegen, die das jetzt hier sehen werden, wir haben, das werden etwa 2000 Leute innerhalb von einer Woche sich anschauen, können Sie denen noch eine Empfehlung geben? Ja, die Empfehlung, ich weiß nicht, wie kann die anderen Kollegen empfehlen. Ich habe nicht viel gestudiert eigentlich, nur die Basis, aber viel vom Internet im Thema Strahlenschutz und Rechtsmedizin. Die Chirurgie und innere Medizin, nicht tief hier gestudiert, aber nur die Protokolle, was in den Protokollen steht, ich habe tief gelernt. Auch mit der Chirurgie, zum Beispiel die Aorta-Ruptur oder Aorten-Distektion, das ist ein lieblingses Thema bei Professor Ross. Ich habe viel gelernt von Aorta und so und ich habe das Gefühl, ich sage nochmal, wenn man die Diagnose weiß, dann ist alles anders und nicht sehr wichtig, die Diagnose. Nur klinisch, wenn man Erfahrung hat, ich denke mir so, dass das sehr hilfreich wäre. Super, prima. Lieber Herr Dr. Harak, tausend Dank für diese Information. Danke für das Gespräch, war sehr mutig von Ihnen, dass wir Sie mit Namen und Ihren Erlebnissen mal präsentieren konnten. Das war klasse. Tausend Dank, bleiben Sie gesund, alles Gute. Nicht so, danke, alles Gute. Tschüss. Ja, schönen Dank nochmal an Dr. Harak für diesen Bericht. Das war für uns auch eine Premiere, denn wir haben erstmals einen Erlebnisbericht im Interview gebracht. Und ich finde es noch viel faszinierender, dass wir eine positive Geschichte aus Münster hatten. Wir wissen ja alle, Münster ist so ein bisschen unser Sorgenkind mit teilweise extremen Durchfallquoten. Und da ist es einfach klasse, dass es hier so gut geklappt hat. Wenn Sie Interesse haben, selber mal etwas dazu zu sagen oder wenn Sie Interesse haben, oder wenn ich Sie interviewen darf, zu einem Thema, was Sie interessiert und was auch die Kollegen interessieren könnte, dann melden Sie sich doch einfach mal. Ich habe heute im Laufe des Nachmittags noch eine weitere Voraufzeichnung gehabt. Und zwar hatte ich unseren Zahnmedizinexperten Klaus Simon dazu befragt, was denn die Änderung der zahnärztlichen Approbationsordnung bringt, welche Veränderungen sich für die Kenntnisprüfung und die anderen Sachen ergeben. Das ist ein längerer Beitrag geworden, auch von mehreren Minuten. Den werde ich Ihnen Anfang der Woche hier präsentieren und ihn natürlich auch bei YouTube reinstellen. So, das war es für heute. Schönen Dank, dass Sie dabei waren. Auch wenn wir einen etwas holprigen Anfang hatten, aber wir müssen immer berücksichtigen, dass wir hier ein bisschen in ländlicher Umgebung sind und dass manchmal die Facebook-Sachen nicht so schnell geschaltet werden können, wie ich es manchmal gerne hätte. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bleiben Sie gesund. Wenn Sie Fragen haben, rufen Sie mich an oder schreiben Sie mir eine E-Mail. Ich freue mich darauf, wenn Sie nächsten Sonntag wieder dabei sind.